Hallo und viele Grüße aus der Finca La Barraqueta auf Mallorca. Heute ist leider unser letzter Tag und wir wollten uns nochmal bedanken. Wir fanden den Urlaub total super, das Wetter war fantastisch, die Finca war toll. Und wie fandet ihr es? Super, also das Meer ist toll, der Pool ist cool. Alles war prima, fantastischer Ausblick. Achtung! Tolles Wetter, sehr ruhig, wir kommen gern wieder. Tschüss!